und und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute von Soga3 das Lowdeck Chassis mal kurz vorführen das heißt ich habe auch vor dem R4 vom RJL gezeigt in der Lowdeck-Version und das machen wir heute hier auch mit dem RS also mit dem Streamline oder mit der R-Version da haben wir dann hier die 4x2 kann man schon sehen wie dann jedes Chassis nach unten geht und dann können wir mal gucken was euch hier noch alles machen können also wir haben schon mal hier zum Beispiel haben wir hier verschiedene Windows-Sticker mit dabei da steht hier sogar R-Serie 410 ich glaube ich habe 580 jetzt muss man ganz kurz flink gucken oder Gnoll ich glaube 580 Pferde waren es genau das heißt da kann man sich dementsprechend hier jetzt kleinen Schriftzug raussuchen hier sind 580 und dann auf der anderen Seite dann natürlich genauso wo ist er denn zack da ist er der Punkt da und das geht dann wirklich runter bis 730 also wirklich alle Serien hier vertreten und dann im Interieur sieht es halt dann so aus ne eigentlich sehr schick sieht gut aus gefällt mir so äh was wir noch machen können wie schon gesagt Lowdeck Chassis klar ich will jetzt natürlich noch kleine Reifen Schauen wir nochmal was wir hier noch so zur Verfügung haben ich habe hier aber noch andere Felgen ich hole mir jetzt noch ein paar andere Felgen hier so zack mit SuperLogo da unten dann sieht es alles ein bisschen schicker aus hier ne so Scania zack ich habe jetzt hier jetzt paar Anbauteile mit noch dabei die sind jetzt hier nicht mit inklusive aber ähm ne ich will es halt einfach mal ein bisschen anständig präsentieren damit es halt dann auch gut aussieht so jetzt wollen wir schauen da ist es mit dem SuperLogo sieht auch ganz schick aus ähm wir haben hier natürlich vom Euro 3 das muss natürlich hier weg wir sind ja nämlich schon jetzt hier in der Euro 5 oder Euro 6 Variante sup die sieht auch dann so aus und dann seht ihr hier auch die schmalen Tanks jetzt hier ne könnt ihr auch gut erkennen dann schauen wir nochmal wir haben hier Kunststoffverkleidung das ist die alte das heißt hier zum Beispiel hat man nur diese Lampen lights hier steht sie hier zack zack oder in dem Teil die original V8 Variante in dem Fall ich bleibe jetzt auch mal bei den lights so ne und dann habt ihr unten noch ah so Sidepipes aber das glaube ich jetzt hier nicht mit inklusive aber das ist jetzt falsch das machen wir jetzt mal weg brauchen wir jetzt auch nicht so hier ich müsste sonst mal gucken ob ich noch irgendwas irgendwas vergessen habe aber ansonsten sieht es auch schon mal ganz ganz judas ich stehe halt einfach auf dieses ähm na auf diese Low Deck Variante ich habe es täglich in Arbeit und deshalb ja brauche ich das halt auch deshalb gefällt mir das persönlich einfach besser ähm gucken wir uns nochmal den Spoiler an hier wir haben ja jetzt hier äh bei der Low Deck Version hat man dann hier diesen Spoiler der noch nach oben geht da hat man nur einen Nachteil man kann jetzt hier ähm hier oben hätte man noch so eine Leiste dran die kann man jetzt hier nicht dran bauen ne das ist jetzt ein bisschen blöd aber die funktionieren jetzt hier nach wie vor außer ne das passiert das stimmt auch nicht mehr also das müsste man dementsprechend vielleicht nochmal abändern hier weil sonst hat man hier so eine Zierleiste da und das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus deshalb lassen wir das mal weg so ansonsten hättet ihr jetzt hier äh da ist auch der Punkt äh ja das ist halt die original alte Version von R.R.L. und da habt ihr hier natürlich noch eure Spots überall hier zack hier und dann da vorne noch und da hast du nicht gesehen so dann machen wir natürlich noch ein paar Spots hin sieht auch ganz hübsch aus hier zack einmal hier und einmal da dann sieht es ganz witzig aus so na hier kann man noch welche machen wenn wir schon dabei sind geht es gar nicht jetzt äh gibt es natürlich auch ein weiß äh ähm also wie schon gesagt Lowdeck-Version ich guck mal ob ich noch was vergessen habe hier haben wir noch ähm natürlich äh mit Trailerkabel sieht ganz gut aus ja das nehmen wir auch jetzt einfach mal so das passt dann schon hier gibt es natürlich noch mit äh Wagenfarbe und so weiter und so fort aber mir geht es jetzt erstmal darum dass es überhaupt ja alles funktioniert hier habt ihr natürlich noch die äh 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 in dem Fall jetzt hier äh äh die niedrige Variante kann man jetzt auch gut erkennen aber das passt jetzt hier nicht ne das heißt da muss man dann die Ruhe so jetzt dann sieht es auch schon besser aus dann sind die Reifen auch wieder verschwunden hier in der Verkleidung und dann sieht es auch ganz gut aus so genau ja das ist erstmal zu dem hier übrigens hat man noch die äh jeweiligen Kennzeichen noch mit dabei die was jetzt hier in dem Mod mit äh inklusive sind ne das ist dann vorne natürlich auch noch mit angepasst glaube ich irgendwo ne muss ich nochmal gucken ja die sind ja irgendwo noch mit drin ich glaube wenn man dann das äh hinten nutzt hat man das dann vorne auch aber das schauen wir uns dann nochmal genauer an aber ich glaube so groß und ganz müsste es jetzt gewesen sein also wie gesagt diese Sticker hier ich müsste gleich nochmal hier in mein schlaues Tablet reinschauen um jetzt hier kein Kiesel zu erzählen was ähm was jetzt hier geboten ist ähm weil es wirklich bis jetzt ich stelle den Link aber unten in der Beschreibung rein dann könnt ihr da selber nochmal kurz drüber schauen bevor ich jetzt hier irgendeinen Kiesel erzähle ne da habt ihr nämlich äh da steht da alles drin äh inwieweit inwiefern Sogard und äh ich glaube Fred hat da auch noch mit gewirkt und äh da habt ihr natürlich nicht für alle LKWs die gleichen Möglichkeiten ja ne also diese Seitenlampen habe ich ja schon erklärt ähm die diese ja diese ja Lizenzplatten also die Kennzeichen ne die sind jetzt hier mit eingefügt worden dann ist noch ein Bumper mit dabei ähm der Spoiler vom Highline and von Topline das ist ja das was ich hier erklärt habe der geht hier dann nach oben und äh die Windows Stick habe ich euch auch gezeigt hier ne das ist auch mit dabei so genau hier steht noch irgendwas von äh Deflektor für die Seitenscheibe ahja klar das sind dann hier diese ne Cut da ist er blubb da ist dann hier so ein Cut drin so ein Schnitt damit das auch passt hier mit dem Außenspiegel ne so jetzt steht das wieder überein hier das ist auch alles passt hier ne ja ja und dann natürlich die Full Tanks also die vollen die vollen Tanks die sind jetzt hier auch mit inklusive ne ansonsten sehr schöner Mod ich bastel jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann präsentiere ich den gleich wenn er soweit fertig gepimpt ist so wie er mir jetzt dann gefällt aber wie schon gesagt er wird L Basis ist gleich ihr habt die ganzen Anbauteile seht ihr ja selber die ganzen Anbaupunkte dann könnt ihr euch den so gestalten wie ihr wollt aber halt halt in dieser Low Deck Variante und das finde ich persönlich gut ich mag die Low Deck Version und hab damit auch täglich in Arbeit zu tun deshalb sagen die mir halt mehr zu so na dann bis gleich so ich hab mir den jetzt mal so zurecht gepimpt wie er mir gefallen würde das jetzt mal in der Low Deck Version dass er das auch mal sieht wie man auch so ein Low Deck LKW tunen kann da kommt auch richtig gut rüber oder also ich finde den einfach nur geil tja ich stehe jetzt einfach auf diese Low Deck Varianten die sind irgendwie hübsch so hier noch ein kurzer Nachttester sieht auch ganz hübsch aus also in der Low Deck Variante funktioniert die kompletten RL Anbauteile komplett ähm ja wie schon gesagt funktioniert alles und das ist auch ganz gut also man hat keine Einschränkungen wenn man jetzt dieses Low Deck äh diese Low Deck Variante hier nutzt ne also funktioniert alles komplettes DLC Verfügbarkeit ist auch da also passt alles so jetzt schauen wir uns jetzt noch ein Trailer Kabel noch ganz kurz an vor allen Dingen auch wie äh so ein Low Deck Trailer hier stehen ja zwei und einer von dem war ja jetzt wie das dann aussieht auf dem Scania ne also die Kombination aus Low Deck also diesem Addon hier und dem Scania von RL ist einfach nur top dann ein paar kleine Addons noch dazu damit man den LKW schön betunen kann dann sieht das echt geil aus schauen wir nochmal Trailer Kabel sind auch mit dabei funktionieren auch soweit ganz gut hier kann man es auch gut erkennen dann sieht man es noch ein bisschen und passt so jetzt fahren wir noch ein kleines Stück so dann gucken wir nochmal hier nach so jetzt fahren wir mal raus fahren wir halt ein Stückchen noch ein bisschen spazieren bin schon lange nicht mehr ein bisschen selber gefahren ich komme ja selber nicht dazu dass ich mal eine Runde drehe aber ich will das jetzt hier jetzt einfach ein bisschen nachholen durch die Gegend schießen und dann habt ihr noch ein paar Eindrücke von dem kleinen Addon hier und ja also ihr braucht auf alle Fälle dieses Addon da braucht ihr den Scania von RL braucht auch den Mod also die Version 2.2.3 dann falls ihr Cabin DLC und Flak DLC und solche Sachen noch braucht findet ihr dann auch in der Beschreibung bzw. im SDS Forum im jeweiligen Beitrag kommt ihr dann auf den Beitrag von dem Mod von dem Mod und da habt ihr dann nochmal einen separaten Link für die Addons die findet man dann natürlich auf Steam so jetzt fahren wir ein bisschen mal auf die Autobahn rauf eigentlich das ist aber eine Auffahrt hier bei diesem Rasthof das ist der Hölle hier da kriegst du die Macke so jetzt schauen wir fahren wir mal rauf schauen wir mal drauf kommen ich musste flink unterwegs sonst kommst du mich nicht drauf hier so sieht ganz gut aus was denn du hier jetzt ja dann Temporat ein bisschen höher fahren so jetzt ja jetzt fahren wir noch ein Stückchen spazieren hier habt ihr den LKW nochmal vollen Blick und das sieht einfach nur geil aus gerade in der Lowdeck Version ich glaube mittlerweile dass gerade in der Logistikbranche dass immer mehr Lowdeck LKWs eingesetzt werden wie die Standard-Trailer weil man einfach mehr Kubik verladen kann macht für mich auch Sinn und deshalb glaube ich dass diese normalen Standard-Trailer immer weniger werden weil du bringst halt nicht so viel drauf ne und beim Lowdeck Trailer da hast du dann einfach ein bisschen ja hast du ein bisschen Spielraum ne also du musst ja investieren im Trailer so und so das hilft dir eh nichts und hier schon wieder los Unfall du investieren musst du sowieso für einen Trailer und ich weiß nicht ob die die Kosten von einem Standard-Trailer und von so einem Lowdeck-Trailer wie man jetzt hier sehen kann ob die jetzt so großartig mehr sind also kann ich mir fast nicht vorstellen und wenn dann das hat man relativ schnell wieder rein wenn man viel Alter hast du eine Macke Alter mach die Schreck hier Hassel ich glaube dass man das relativ schnell wieder wett hat diese Unkosten zwischen Lowdeck und Standard-Trailer so jetzt kommt ja noch eine Baustelle meines Wissens das heißt da werden wir jetzt noch ein bisschen drin hängen bis wir hier raus kommen hier ne geht sogar die fahren alle links obwohl die rechts ist guck dir das an ey solche Pfeifen und die ziehen jetzt von der Pro einfach rüber oder guck an guck hier Pfosten naja also wie schon gesagt kurz zum Fazit ich brauche eigentlich gar nicht viel erzählen ihr habt ihr gesehen was alles machbar ist jetzt hier mit diesem mit diesem Lowdeck-Addon also Trailer braucht ihr natürlich einen Lowdeck-Trailer mit dem Standard funktioniert nicht sieht er also sieht halt zumindest beschissen aus und das habt ihr dann hier in dem Fall äh mit diesem Lowdeck-Trailer sieht das richtig gut aus ne eine gute Combo ansonsten äh Chassis geht natürlich runter also wird niedriger die Tanks sind mit dabei sowie dann natürlich auch ähm ja die ganzen äh sagen wir hier die Scheibenaufkleber diese mit dabei die finde ich ganz witzig die sehen echt cool aus und ansonsten boah es funktioniert eigentlich alles hier ne kann ich also nur empfehlen so war es doch schon für mich falls ihr dazu noch Fragen habt könnt ihr das gerne kommentieren oder dann im jeweiligen Beitrag nachfragen im SCS Forum also in diesem Sinn also gute Fahrt bis bald macht's gut und ciao die